Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meinen Sie Ja, Slash Meinen Sie es war Heute mal wieder eine kleine Aufnahme, weil ich wieder eine Folge brauche Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen aufnehmen können Also, gemeinsam, aber da wir gerade kein Wochenende haben, gilt dies nicht Ja, es wird auch kurz regnen Nur geht's auch dann mal, hört auf zurück, das ist ja toll Na, hier fängt es an, wüste, 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 wüste Dann noch wüste, na, wüste Wüste, wüste So Wüste, wüste, wüste Wüste, wüste Wüste, wüste, wüste Ich fand's cool, wenn wir bald mal wieder zusammen aufnehmen könnten Aber da muss ich mal schauen Weil alleine aufnehmen ist ja auch nicht immer so das Wahre, ne Vor allem, weil ich eigentlich, ich hab momentan ziemlich viel zu tun Warum werdet ihr bald sehen? Ähm Ähm Ja Ja, was gibt's, also das ist, ähm Werdet ihr, glaub ich, am Freutag sehen Beide Gründe? Ne, ich glaub nur einen Grund Der andere Grund werdet ihr, glaub ich, am Wochenende nachsehen Ein Apfel Eine Wettbereicherung Up to Desert Castle Ne, jetzt zum Wasser Jetzt muss ich mir hier natürlich jemand anschreiben Und da ich reagiere übrigens immer auf anschreiben Einnehmen gerade auf So Okay Ich bin mir direkt Tiva Skype Wenn ich grad da kommt, dann antwort ich aufs Wort Ja, okay Hol was Auf Auf Nahm, äh Sobezeichen Leise sein Ja, es war nicht Ja Pst Ich wollte nicht, ich wollte nicht passen, ich wollte pst schreiben Ich wollte pst schreiben Leise Tommy, Tommy Holter Ja Einfach mal in der Aufnahme anrufen Während ihr aber noch gesagt habt, dass Aufnahme ist Ich nehm mal auf Was? Leise Aufnahme Anrufen, was nimmt der denn gerade auf? Oh lol Die Minecraft Musik ist eine sehr durchdachte und sehr stimmungsvolle Musik Sie kann alle Sie hat alle Launen Außer irgendwie sowas wie so hektisch Das fehlt irgendwie noch So So Oder sowas Aber An sich ist die Minecraft Musik sehr gut durchdacht Und sehr anpassungsfähig Was das für einen Sinn macht, weiß ich nicht Aber solange ich es sage, muss es natürlich stimmen Und ich mag sie einfach Die Minecraft Musik Wer mag sie nicht? Und Diese Stimmungsvolle Schwunghafte Schwunghafte Ich hab mir übrigens überlegt, dass ich spiele Ob ich die vielleicht irgendwie letztendlich bei Minecraft immer dahinter packe Das Problem ist nur, dass die in einer OGG Datei sind Die mein schneide Programm nicht abspielen kann Beziehungsweise es kann irgendwie gar kein Programm abspielen Außer mein Internet Dann hab ich mir überlegt, ja, könnte ich ja auch die CDs immer im Hintergrund laufen lassen, ne Dass es ja in Minecraft ein Game gibt Und die kann überhaupt gar keine abspielen Nicht mal mein Browser Ich frage mich, ob es irgendein Programm ist, das OGG oder U Was war es denn nochmal? UMM oder sowas? Abspielen kann Oder MGM? Keine Ahnung M&M's Das M macht den Unterschied Ja, die Minecraft Musik erinnert mich immer an die alten Zeiten, wo ich damals gespielt habe Damals Ja Als ich noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre alt war Aber war ich sogar noch 10? Das kann man gar nicht sagen 11? 11 Ich glaube 11 Auf jeden Fall gute alte Zeiten Aber ich finde die Minecraft Musik passt ziemlich gut zum Minecraft Wenn da jetzt irgendwie sowas dubstep-mäßiges kommen würde, dann würde dazu überhaupt nicht passen Also diese schöne Pianomusik Das passt gut Keine Gäste Oh, da ist schon wieder vorbei Schade Oh, ich hab' ich vollkloppt die mit einem Stück Fleisch Hey, ich mein' natürlich mit meinem Schwert Ich will grad nicht, ich weiß grad nicht, wie ich auf ein Stück Fleisch gekommen ist Da konnte man sich hätte ein Stück Fleisch in der Hand Aber es sieht ein schwer damit so aus wie ein Stück Fleisch Und überhaupt keinen Sinn Ich will die Minecraft Musik wiederhören nicht so schön So und ich werde, jetzt werde ich noch schnell, oh nein Ich werde, wenn ich jetzt noch schnell eine Keule verliere Oh, das war toll Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß hoch eckte sie hallo hallo war auch ich habe fast geblieben kassiert die und schützt die Kuhnungsgeschichte machen oder so der Wettel Pienz erfunden Abenau ich habe nämlich 236 die experience level weil er das vieles aber mit fünf Prozent kann man sich glaub ich was von Schottkopf ich glaube das werde ich ja auch für die Aufnahme machen ich habe ja auch die ganzen Mainz die Points äh die ganzen Points Level auch nur bei Mainz gesammelt von daher kann ich sie auch dafür existieren 10 Prozent Prozent da kann ich sowas kaufen wie zum Beispiel als man ein Sport und zweckig das wird bewegen ist aber was lustig ich dort kann man die Klappe halten ich bin beschäftigt und das zu machen und ich hatte mich beschäftigt Nein, ich bin jetzt nicht leise, was nimmst du auf? Ich würde das eben nicht sagen. Ja. Gut. Das macht ihr mal gerade so. Würde mich mal interessieren, was ihr so während man Videos macht. Also irgendwie trinken, essen, gucken. Okay, da kann ich eigentlich gar nicht viel mehr bei machen. Ich meine, wenn man Videos gucken, guck mal, Videos. Schlau, ja, weiß ich. Bin mal wieder nur ein bisschen so, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Kennt man ja. Ja, komm, man hat die Ruinen. Ich bin gerade überhaupt voll wenige. Was, wenn ich mal die Liste ist voll? Wow. Also ich bin ja auch mal auf den Zimmer mit den wenigsten Platz gegangen. Äh, mit den wenigsten Spielern. 50 Spieler, glaube ich, war nicht. Da muss man sich nicht wundern, dass hier so wenigste Spieler sind. Oh, Spieler. Ich glaube, ich kann da hin. Das wird Castle. Ja. Da ist er ja. Da ist er ja. No. I hate Hunger. Hö, warum schüttelt den Hanggang gegen ihn so? Hallo zum Beispiel. Hör. 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 kreisdrehen macht spaß kreisdrehen ist toll kreisdrehen ist wundervoll kreisdrehen macht spaß kreisdrehen ist toll kreisdrehen ist wundervoll das wäre hier voll der gute Ort für eine Kiste ja ich hab was schwertiges bekommen kreisdrehen 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 ja in der Nähe von der Hauptstadt alle Wegpunkte deaktivieren ich weiß gar nicht ob die Wegpunkt überhaupt bringen wollte Prozent weil ich nie weiß wo in der Nähe wir sind von daher ich bin ja nicht so gut wie gar nichts mehr kreisdrehen 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 das ist ja wundert kreisdrehen 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 versuchen georgte der typen den dank punkten ich will nicht sofort ausgeben kreisdrehen in er ist ja bei den jungen wie mit zwei keksen sporen ob ich nicht egal zu werden nium nix ich sehe gerade aus wie ein zombie ah da ist ein zombie hallo kreis schlagen die da die 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 ich frage mich wie ich will in der Hauptstadt ich hoffe irgendwie einer oder zwei oder gar keiner das wäre am besten das habe ich noch keinen gesehen aber die Kiste ist leer kein gutes Anzeichen Kiste die ich hier hier ist auch die zwei Spieler könnte sein dass jetzt vielleicht weiß warum die 2 Kisten auch auch mehr hat es gestorben Scherz wenn ich die Wettbewerb das wäre die Ruhe die Kirche ist ja okay er hat es wirklich und ich hoffe doch alter Kirche Junger und es ist nicht voll junger Alter das hat voll kennenzweckig Alter lol wieder treffen aber die Metzeln die Metzeln da mach ich mit mann Kuhl das Tumont hat er Kürtel Köln A des zwei Gestorben oder nur einer B um um m kennen die da oben also zu sagen sobald jemand hochkommen oben hier mit schön die schwecken ich brauche halt wenn jemand da ist bevor ich da bin dann gibt es auch die frische ich er hat sich das jetzt unter dem die vergiftung auch hier dabei trauern das kraft um die hat zu wo er steht als du es ist gar ein boy noch nix weg ich bin weg ich mach nix hey don't run hinter mir her nix er mir herren ja ja also wait ah ja klar drache Prozent drückt er hat er hat er hat er hat er hat er hat er und hier auch hier kennt er oder so irgendwie klar sie mich töten aber viel zu gut gläubig Aco und allein 2 die beiden typen warum ein er hat dann lief da Hallo, Zombie, guten Tag. Hier, Zombie. Wanna find one? Cool, sure. Ja, look! Give me your IP. Niki, Niki, na. Na, Team? Hab ich den Rad heruntergeworfen, ich hoffe doch. Yay. Do you think I'm stupid or something? Jupp, I'm dead. Niki, yay. Say, the person that doesn't know how to use capital letters. Where are you? Noob. Noob. Oh. Also, in the desert, oh. Guten Tag. Hat ich grad nicht ein Zombie gesehen? What are you? Twelve. I have no idea where that is. No. Hier sind nur Rüstungszeile drin, das ist auch scheiße. Außer das für Ketten-Sagen oder so, ne? Das ist kein mal. Have you got Reisen-Mini-Map? Yes. Achso. Ja, hätte ich mit dem Ende auch geschrieben müssen. Yes. Guck mal, da rennt wer weg. Rum. Niau, voll Gas. Hallo, Tommy. Wie geht's hier? Tod. Oh, schade. Zinses, wie nennt man das, wenn ein Zombie stirbt? Weil eigentlich ist der ja schon gut. Eigentlich hat man das, aber nee, du wirst auch gar nicht sterben. Weil der ist schon gut. Wie nennt man das, wenn man hier ein Zombie mit dem Holzschwert, ne? Und so, ihr wisst euch mal nicht. Wie heißt das? Weil der ist ja schon tot. Ich schimpfe dann das zweite Mal. LOL. Machen die gerade Kopfgymnastik? Guck ich mir mal an. Hey, ich will mitmachen. Guck mal, jetzt haben sie normale Köpfe. Ich wurde gestürmt bei der Kopfgymnastik. Da kommt wer von hinten. Ja, aber. Ja, aber. Ja, ich will gerne mal weitermachen, da habe ich kein Problem mit. Da habe ich kein Problem mit. Ich will nicht nicht stören, sorry. Ich habe aus Versehen. Ich würde umspiel, ich würde nur spacken. Hier. Tut mir leid. Und ich dachte, sie wären mehr so der andere Typ. Ich muss nicht, dass sie das hassen, wenn man sie nach ihrem schiefen Kopf fragt. Tut mir sehr leid. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. War klar. Noob, 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 noob. Wo ist der? Oh, guck mal, mein Schwerdesbrech kaputt. Guck mal. Oh, Tocke mit der Hand. Oh, was war ich überhaupt nicht zu erwarten? Willkommen zu Mainz. Tschüss. Tschüssi. Bis zur nächsten Folge.